Ich möchte nicht mehr, Luisa, bitte! Zieh ja einfach nur noch. Das ist okay, ich möchte nicht mehr. Ich kann ihn anzünden. Richtig. Das ist kein Spielzeug. Und ich denke, sie würde er appreciieren, dass es tatsächlich benutzt wird. Oh. Oh, müssen wir jetzt Schach spielen? Boah, sieht cool aus, ey. Aua. Ah, okay, die können aber auch nur wie Schachfiguren laufen. Das ist interessant. Ja, mach die Königin. Oh, hier sind auch noch irgendwelche Viecher. Ja, mach auf jeden Fall auch immer die Ärzte schnell. Oh ne, hier kann sie mich erhöhen. Hier, eigentlich auch. Aua. Fire! Oh, das macht ordentlich Schaden. Wo kommt die denn her? Ja, mach Schaden. Oh, nein, da bin ich direkt reingefallen. Gott. Was passiert hier? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, ich war irgendwie unten. Burn. Oh ja, mein Ohr ist halt gerade richtig gut Schaden, ne? Ja. Ja, sie ist down. Ah ne, das war irgendeine andere Vieh. So, jetzt. Ja. Forkend. Ein Bosskampf nach dem anderen. Okay. Now let's get that elephant. Why does it have no handles? Well, you should know. You built it. Yeah. You're right. Oh. Oh, yeah, I remember. Ach, an der Nase. Boom. There you go. See, I know what I'm doing. Mhm. Vielleicht hätte ich beides unterdrücken müssen. Nein, mein Schwert ist weg. Mit unseren puren Händen. What? Worked, right? It's actually very smart if you think about it. Yeah, really smart. Just go for it. Haha. Tea? Hey. Still gonna miss my outfit. Ja. Mein Outfit war schon echt cool. Ist voll geil. Ist voll Bock gemacht. Ja. Hey, Tea Party. Und Kuchen. Wie bei Alice im Wunderland. Also, ich weiß, dass wahrscheinlich Fanti, oder wie die heißt, komplett ausrasten wird. Ja. Nachher bestimmt noch. Wahrscheinlich. Aber von der Idee, sie umzubringen, ist es... Cookies? Bietet uns sogar Kekse an. Ja. Du musst sterben. Nein, nein, nichts ist falsch. Es ist großartig. Alles ist super großartig. Ich kann sehen, dass du nicht glücklich bist. Aber du brauchst einen Hubschrauber. Awww. Niemand will das. Ich hab keine Wahl. Ich bin sorry. Das wird auch nicht glücklich sein. So schnell rennt er, also unmöglich. Ja, mit dem fröhlichen. Okay, mit dem. Oh, Escape Shuttle. Oh nein. Oh, guck mal, der Elmo da hinten. Als ob die so viel schneller war als... Ja. So ein Zeitlummer gerannt. Ja, ein Keks. Boah, geil. Stürzt sie jetzt ab und stirbt. Oh. Fast. Guck mal, ist das nicht Elmo? Oder wie der hieß? Der Keksmonster? Äh, das ist nicht Elmo. Das Keksmonster ist blau. Also es ist Elmo, ja, weil er rot ist, aber es ist nicht das Keksmonster, weil der... Wie hießen die nochmal? Mir fällt gerade nur Elmo ein. Ja, Keksmonster. Ja, Keksmonster. Das ist Sesamstraße und so. Weiter. Ja, Sesamstraße. Ach du. Ach du. Oh no. Auch noch ein beweglichstes hier. Wir warten einfach, bis sie wieder vorne ankommt, oder? Hier so. Ja. Wenn sie da vorne überhaupt wieder hinläuft. Gute Idee, Luisa. Wir müssen nur warten. Ach, sie läuft natürlich wieder auch schnell. Läuft sie da nur im Kreis? Gute Idee, Luisa. Oh ja, sie ist gut. Oh, hab sie. Ah, siehst du, man muss nur warten. Reiß ihr den Kopf ab. Ah, schlecht für dich. Ich finde das immer noch nicht gut. Ich fühle mich richtig scheiße dabei gerade, ne? Du wolltest deine Tochter zum Weinen bringen. Hä, wollte ich überhaupt nicht. Doch, wolltest du. Ja, aber Freudentränen gehen auch. Mhm. Sie muss weinen. Du bist auf die Idee gekommen, ihr Lieblingskuscheltier zu killen. Ja. Aber nur, weil du sie weinen sehen willst. Und das ist ja egal. Die Figur hat das vielleicht gesagt. Ich finde das gerade mega scheiße. Ja, ja. Schon allein die Idee, was sind das für Eltern, ey? Das sowieso. Die hätten auch einfach weiter probiert. Oh Gott. Anderer Fuß. Anderer Fuß. Kann ich noch einen Fuß rausreißen, Mann? Passiert. Wir können einen neuen Fanti kaufen. Nee, Mann. Für mich ist das gerade echt ein weirder Turn. Ja, irgendwie schon. Das ist gerade richtig unangenehm, muss ich sagen. Nein, bitte nicht noch das andere Bein oder so. Boah. Überhaupt nichts getan. Doch. Oh nein. Die möchte auch einfach nicht legen. Ich möchte dich noch mal irgendwas drücken. Das ist so unangenehm, ey. Auch wenn die sagen, dass sie sorry, dass sie so killbereit sind. Mein Fuß ist in ihrem Gesicht. Und dass die Leute in dem Universum, wo die gerade sind, dass die Gefühle haben und so. Mein Fuß ist übrigens in ihrem Auge. Ich möchte es nicht tun. Tun wir aber. Komm schon. Du hast nicht eine andere Möglichkeit. Nein. Oh. Ammer Fanti. Tschüss. War schön mit dir. Puff. Die ist halb so wild. Ja, ein Scheiß funktioniert das jetzt mit ihren Tränen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ein Scheiß funktioniert das. Vor allem, wie wollen wir die Tränen auffangen? Ach so, auf uns drauf. Das war jetzt ja. Dann sollten wir vielleicht da runterkommen. Komplett dumm im Kopf. Das Kind löst irgendwie einen Zauber aus, weil es komplett traurig ist und blau. Und möchte, dass die Eltern wieder zusammenfinden. Und die denken, ja. Lass mal das Kind noch trauriger machen, damit das irgendwie wieder hinkommt. Äh. Gottes Willen. Die hätten ja einfach den Stift wegnehmen können, als sie da am Malen war und hätten dann mit denen kommunizieren können. War anscheinend, konnten die ja auch ein Radiergummi rumschubsen. Das wäre jetzt einfach gewesen. Ja, sieh's mal. So schlechte Eltern. Oh mein Gott. Wenn die sich dann auch noch scheiden lassen, jetzt nach der ganzen Sache. Ja, natürlich. Das wollten sie ja eh. Es kann nicht immer ein Happy End geben. Jetzt bade in ihren Tränen. Stopp, darling. Komm, lass uns helfen. Ich glaub, da kommt nix, oder? Wow. Wie ekelhaft, ey. Ich freue mich. Wirklich. Ich hoffe, die schämen sich so richtig am Ende. Oh, es bringt ja gar nichts. Verrückt. Wer hätte es ahnen können. Wohl nicht. Wohl nicht. Forever. Siehst du, war deine Idee. Ein Zettel. Halt deinen Maul, ey. Wirklich. War doch deine Idee. Die Idee kam von ihr, die Elefanten da umzubringen. Ja, aber die Tochter zum Weinen zu bringen, war deine Idee. Ach. Wenn ich das gelesen hätte, hätte ich das super schnell durchgelesen. Das war so klar. Egal wie gut das Spiel gemacht ist, mir geht's heftig auf den Sack gerade, ne? Ach, na ja. Hab dich nicht so. Musst auch weitergehen. So, sie heult noch ein bisschen im Hintergrund. Oh, Paartherapie. Das ist Abduktion. Ich wusste es. Endlich mal. Jetzt hätten die schon mal Feuer probieren sollen. Ja. Bravo. Du hast uns an uns, anstatt von mir. Du bist jetzt ein Team. Nein, wir sind nicht ein Team und wir haben keine Zeit für das. Zeit? Gut, das wird unser erstes Thema. Aha. Jetzt, du, 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 Das stimmt. Warum arbeitet er eigentlich nicht? Das wäre interessant, wenn man nur drüber reden würde. Ja. Aber trotzdem, das ist keine Ausrede. Ja, aber warum arbeitet er nicht? Also verbringe ich keine Zeit mit meinem Ehemann und meiner Tochter. Ja, aber wenn du doppelt so viel arbeiten musst, um da Geld reinzubringen. Die Frage ist halt, warum arbeitet er halt nicht? Könnte man sich doch besser aufteilen. Wenn ein kleines Kind zu Hause haben? Irgendjemand muss sich ja auch um was kümmern. Also Teilzeit könnte er was machen, ja, aber... Wo man holt sich halt Hilfe. Sie hatte ja auch am Anfang gesagt, dass sie extra irgendwie eine neue Stelle in irgendeiner etwas weiter entfernten Stadt irgendwie hat oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin... Warte, warte, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Sei mal ruhig jetzt. So, ich kloon mich jetzt. Oh je. Geil, kannst du Zeitlupe machen? Geil. Das könnte jetzt interessant werden. Siehst ganz schön alt aus. Okay, ich glaube, du musst die Zeit erst mal zurückdrehen, damit das Tier wieder geht. Warte, 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 warte. So? Das ist denn mein Klon eigentlich? Ah ne, kann er wieder zurück teleportieren? Das ist ja spannend. Warte auf mich. Oh. Okay, das kann ich machen, glaube ich, oder? Weißt du gar nicht. Okay. Ja, das musst du machen anscheinend. Hm, da gefreut mich grad, wie? Er kann aber trotzdem nur an einem Ort sein. Ah ja, stimmt. So? Nee, kann jetzt keinen Klon erstellen. Ja, vorher. Wie vorher? So? Na, du kannst doch dann bestimmt auch zwischen deinen Klon wechseln, oder nicht? Er kann jetzt mit dem hier rumrennen. Ja, und du dir... Ah nein, kannst du doch auch, okay. Naja. Naja, sonst macht der Klon doch gar keinen Sinn. Kannst du nicht irgendwie mit irgendeiner Taste RT oder so wechseln? Kann hier irgendwie so ein Schema irgendwie erstellen. Ja, weil sonst bringt der Klon ja überhaupt gar nichts. Nee. Klon zurücklassen. Ah, ich muss den doch jetzt zurücklassen können auch. Aber es geht nicht. Hä? Hey, maybe you can reach the door before it closes with your Klon. Hä? Was ist so ein Zwischenstate? Irgendwie erreichen? Was zur Hölle? Jetzt müsstest du es machen können, irgendwie. Du müsstest wechseln können zwischen den Klonen, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Ja, ja. Ich weiß noch nicht wie. Ne, Moment, jetzt muss ich erst mal wieder eine stellen. Probier überhaupt mal Tasten zu drücken, ob du dir irgendwie wegkommst. Ja, mach ich doch, mach ich doch. Du drückst halt immer Y. Nein, ich drücke gar nichts. Ich drücke LT und RT. Warte, ich stelle mich mal hier hin. Klonen zurücklassen. Und ich laufe hier hin. Mach das auf. Ah, okay. Aber ich bin trotzdem immer noch dieselbe Person. Also wirklich Klon, das hat mich... Das ist eher teleportieren zu einem Punkt, wo du... Ja. ...es festgesetzt hast. Also so halb Klon. Schade, ich dachte, ich wäre auch zwei Personen jetzt. Lauf mal hier nach oben. Also ich bräuchte dich hier unten dann auf jeden Fall noch mal. Oder warte. Ne, warte. Ich sehe die Tür. Ah ja, stimmt. Den musst du auch rüber wahrscheinlich. Hier ist so ein Dötz. Oh ja. Nice. Ja. Toll. Ich will ja runter. Ach, da hätte ich mich wieder wahrscheinlich rüber schwingen können. Oder? So, auf der Seite. Achso, du kannst es ja wieder heile machen. Okay, hier kann ich meinen Klon hinpacken. Warum auch immer. Persönlich. Aber wenn ich wieder loslasse, passiert das. Ja. Und ich bin wieder hier. Achso, warte. Warte, warte, warte. Bleib mal da drauf. Achso, dann kannst du mich wieder hochpacken. Ja. Schlau. Bäm. Jetzt geht die richtige Tür auf. Glaub ich. Oh, schade. Ich dachte, keiner kann rumsliden. Oh, was war das denn? Warum muss ich denn hier ständig irgendwie das Sachbild ganz machen? Das verstehe ich nicht. Wenn du alles kaputt machst. Brauchen wir die Eule irgendwie, oder? Wahrscheinlich. Ich mach das hier. Hier ist so ein Glas-Dingens. Das kann ich, glaube ich, auch reparieren, aber... Oh! Ja, die macht das zelt kaputt. Achso, die macht das. Ja. Äh... Ja, wie soll ich denn das gleichzeitig machen, alles? Ah, warte, ich kann mich hier drauf stellen. Dann wirst du rübergeschleudert, meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich bin jetzt hier. Ja, da drüben muss ich halt auch noch was reparieren. Kannst du jetzt von der Plattform aus? Ich kann dein Ding da irgendwie reparieren, ja. Ah! Kann da meinen Klon wieder hinstellen? Ja, genau, jetzt mach zu deinem Klon hoch. Ja. Und jetzt mach ich das Ganze nochmal. Ja. Gott, wo bin ich denn hier? Und wer bist du? Ach, wieder so ein... Nasending. Ja. Ja. Okay. Hier ist ein Ding. Guck, guck. ja es ruckelt gerade bei mir müssen alle glaube ich hier drauf und klonen muss noch vor ich bin ja dann wieder gleichzeitig weiß nicht ob das geht jetzt muss nur schnell genug sein glaube ich ausruggelt bei mir ach so warte weil es ja so ausgesprungen ist wahrscheinlich kann ich das zurück machen und dann ruckelt und